Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es darum, wie du den Testosteron-Level erhöhen kannst, um mehr Erfolg bei Frauen zu haben. Was es damit genau auf sich hat, das möchte ich dir gleich erklären. Bevor wir mit dem Video anfangen, trag dich gerne für mein Online-Coaching ein. Im Online-Coaching kriegst du Informationen, die du hier auf dem YouTube-Channel nicht bekommst, die du auch nicht im Podcast bekommst. Da bekommst du regelmäßig von mir Trainings, E-Mails und du bekommst außerdem meine gratis-Flirt-Dokumente, zum Beispiel in 5 Einfachschritten bis zu 10 Dates die Woche oder die 3 Anziehungsschalter. Das alles bekommst du gratis. Du kannst dich einfach eintragen hier im ersten Link in der Beschreibung oder hier links oder rechts, ich bin mir nicht sicher, poppt so ein Infopunkt jetzt auf. Dort kannst du dich auch eintragen, komplett gratis, komplett kostenlos für dich. Wenn dir die Informationen hier auf dem Channel gefallen, dann werden dir die Informationen in der E-Mail auch gefallen. Trag dich gerne dort ein und jetzt legen wir los mit dem Video. Also Thema Testosteron ist natürlich ein großes Thema. Ich habe das jetzt mehrmals selbst getestet. Wenn ich auf einem geringeren Testosteron-Level bin, ich kann es natürlich nicht messen. Ich habe es nicht gemessen, aber es gibt halt Sachen, die dafür sorgen, dass dein Testosteron-Level sinkt. Und wenn ich auf einem niedrigeren Testosteron-Level bin, dann habe ich weniger Motivation, Frauen anzusprechen. Dann ist meine Angst, Frauen anzusprechen, der Widerstand größer. Und dann komme ich auch anders rüber in Gesprächen. Wenn du weniger Testosteron hast, dann bist du in Gesprächen etwas zurückhaltender, mehr sozial akzeptabel und bist weniger so, da sitzt weniger hinter dem, was du sagst. Wenn du wirklich ein hohes Testosteron-Level hast, dann klopfst du so durch, dann drückst du deine Sexualität aus. Nicht unbedingt mit Worten, aber einfach auf die Art und Weise, wie du die Frau anguckst. Du guckst die Frau einfach anders an. Du guckst die Frau an und denkst dir so, verdammt, ich will dich. Anstatt zu denken, hey, das ist echt eine süße Frau. Das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Kommunikationen, die dann nonverbal stattfinden. Und es kann für einen großen Vorteil für dich sorgen, wenn du dein Testosteron-Level erhöhst und da einfach mehr Erfolg mit Frauen hast. Weil die Frauen spüren dann auch Männer mit hohem Testosteron-Level. Und das sind auch Männer, mit denen sich Frauen eher paaren wollen, was ja ganz klar ist. Denn wenn du ein hohes Testosteron-Level hast, dann ist eben dein Fortpflanzungspotenzial besser. Und dann möchte die Frau sich auch eher mit dir paaren. Aber ich habe einen Kumpel, einen der erfolgreichsten Männer, den ich mit Frauen kenne, wenn nicht sogar der erfolgreichste. Und der ist so erfolgreich, weil er ist halt auch ständig geil, muss man dazu sagen. Also er ist ständig geil auf Sex. Und das drückt sich halt dadurch aus, dass er dann ganz viel Handlungen unternimmt, um Frauen kennenzulernen. Deswegen hat er Sex mit so vielen Frauen. Der hat einfach ein sehr, sehr hohes Testosteron-Level. Das hat er tatsächlich mal überprüfen lassen. Und er hat ein zwei- oder dreimal so hohes Testosteron-Level, wie normalerweise es normal ist. Das hat er unter anderem auch naturell. Aber es gibt auch Dinge, die du tun kannst, um dein Testosteron zu erhöhen. Und da ich selbst nicht der größte Experte bin, habe ich mich da einfach mal ein bisschen belesen und so geguckt, was so die Studien sagen, wie so die wissenschaftliche Lage ist. Einfach Testosteron erhöhen auf natürliche Weise, um deinen Erfolg mit Frauen zu verbessern. Und du wirst spüren, probiere das mal für 30 Tage aus, ein paar dieser Methoden. Du wirst spüren, dass du mehr Erfolg mit Frauen hast. Du bist motivierter rauszugehen. Du bist motivierter durchzudrücken und zu sagen, hey, ich nehme die jetzt mal nach Hause. Statt zu sagen, oh, das wird jetzt einfach schwierig. Ich lasse es mal lieber und gehe schlafen. Also ich kenne das selbst von mir. Ich kenne diese Unterschiede im Verhalten. Und die können teilweise sehr, sehr groß sein. Wenn ich auf einem hohen Testosteron-Level bin, dann nehme ich ganz andere Schritte, um die Frau kennenzulernen und bin viel intensiver auch in meiner Art der Kommunikation und bleibe viel länger und intensiver dran, als wenn ich jetzt auf einem niedrigen Testosteron-Level bin. Also ein paar Dinge, die du tun kannst, um dein Testosteron-Level zu erhöhen. Das Erste, und da haben wir auf diesem Channel schon ein paar Mal drüber geredet, ist NoFap. Also du holst dir keinen runter, weder zu Pornos noch einfach so, sondern du kommst nur, wenn du Sex hast. Wenn du Sex hast, kannst du gerne kommen, aber ansonsten holst du dir keinen runter. Dadurch steigt natürlich dein Testosteron, weil du nicht ständig deine Samen rausspritzt und das Ganze kumuliert sich natürlich und du wirst automatisch einfach geiler auf Sex. Ist ja eine sehr logische Sache, ja. Probier das mal aus für 30 Tage. Ich würde das nicht als Lifestyle machen, weil regelmäßiges Masturbieren...